Wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen in dieser Folge. Heute ist eine sehr wichtige Folge auf dem Programm, denn es geht darum, wie du als Schwangere eine Frühgeburt vermeiden kannst. Für mich ist es eines der besten Konzepte der letzten Jahre in der Geburtshilfe, denn es ist relativ kostengünstig, simpel und verhindert im besten Fall eine Frühgeburt. Und, was auch ein wichtiger Faktor ist, man kann als Schwangere nun endlich aktiv an der Vorsorge mit der Hebamme und mit der Gynäkologin teilnehmen und teilhaben. Es geht nämlich um die Thüringer Aktion, die vor einigen Jahren gestartet ist und seitdem laufen viele Studien zu diesem Thema, was ich gleich noch erklären werde. Und siehe da, es funktioniert. Wir haben seit 2017 einen Rückgang der Frühgeburten, vor allem der sehr frühen Frühgeburten unter der 32. Schwangerschaftswoche, durch diese Aktion zu verzeichnen. Heißt also auch für Gesamtdeutschland, dass dies ein wahnsinnig sinnvolles und mächtiges Tool ist, um Frühgeburten zu vermeiden. Der genaue Grund für Frühgeburtlichkeit ist nicht immer ganz eindeutig. Ganz oft sind aber vaginale Infektionen schuld. Das müssen nicht immer die vaginalen Infektionen sein, die Symptome machen. Also wenn du einen vermehrten Ausfluss oder übelriechenden Ausfluss hast oder ein Jucken, Brennen im Vaginalbereich. Das sind ja die Beschwerden, die man bei einer vaginalen Infektion haben kann. Aber es gibt eben auch Vaginalinfekte, die relativ subklinisch ablaufen, also die du gar nicht so bemerkst. Nichtsdestotrotz können diese Keime aufsteigen und erstens durch Zytokine und Prostaglandine, also Hormone und Trägersubstanzen, Wehen auslösen. Sogenannte vorzeitige Wehen. Oder sogar die Fruchtblase angreifen, sodass es zu einem vorzeitigen oder sogar frühzeitigen Blasensprung kommt. Sinnvoll wäre es also, es gar nicht erst dazu kommen zu lassen, zu einer Vaginalinfektion. Aber ihr habt es gerade gehört, es ist ja manchmal gar nicht so leicht rauszukriegen, ob ich jetzt einen Vaginalinfekt habe, ja oder nein. Und hier haben sich einige schlaue Köpfe zusammengesetzt und haben sich gedacht, wir starten eine Thüringer Aktion, die beinhaltet, dass Frauen, schwangere Frauen, ab der 14. Schwangerschaftswoche bis zur 32. Schwangerschaftswoche, zweimal pro Woche sich selbst einen vaginalen pH-Test unterziehen. Also einen pH-Selbsttest zu Hause durchführen. Und sollte dieser pH-Wert über 4,7 sein, dann sollte eben die Gynäkologin aufgesucht werden, um eine weitere Diagnostik anzutreiben. Das kann ein Abstrich sein, eine Mikroskopie, um einfach zu schauen, gibt es jetzt wirklich dort Erreger, Keime, Viren oder auch andere Protozonen, die gerade einen Vaginalinfekt verursachen könnten und können wir diesen frühzeitig behandeln. Also nicht die Spitze des Eisbergs, wenn es Symptome gibt, behandeln, sondern direkt an der Basis ansetzen. Die ersten Veränderungen am pH zeigen schon, jetzt passiert hier etwas und jetzt müssen wir schon handeln. Sollte der pH-Wert auch leicht erhöht sein über diesen pH von 4,7, aber es zeigen sich noch weder im Abstrich noch in der Mikroskopie irgendwelche Keime, sollte versucht werden, das Vaginalmilieu wieder sauer zu bekommen in Form von Milchsäurebakterien. Ob die jetzt als Zäpfchen oder als Gel aufgetragen werden und in die Vagina eingeführt werden, ist jetzt erstmal egal. Da wird dich deine Gynäkologin beraten, was da am besten funktioniert, sodass der pH wieder unter die 4,5 kommt. Denn das ist der normale pH der Vagina. Diese pH-Selbsttestung hat seit 2017 zu einem Rückgang der vor allen Dingen frühen Frühgeburten geführt. Wenn ihr euch das Diagramm hier anschaut, seht ihr ganz genau, dass es wirklich in jedem Block einen Rückgang der Frühgeburten gibt. Heißt unterm Strich, es funktioniert. Und das Schöne dabei ist, es ist eine relativ kostengünstige und relativ simple Methode. Kostengünstig ist natürlich auch wieder relativ, wenn man sich vorstellt, ich mache ab der 14. Woche bis zur 32. Woche zweimal täglich so einen Teststreifen oder auch Handschuh. Dann kann man sich schon hochrechnen, dass das vielleicht doch ganz schön ins Geld gehen könnte. Wird das von den Krankenkassen übernommen? Vielleicht. Offiziell ist das noch nichts, was jetzt ein Arzt oder die Ärztin verschreiben könnte, aber es gibt viele, viele Krankenkassen, die gerade für Schwangere ein Extrakontingent zur Seite stellen und sagen, hier habt ihr so und so viel Geld, ihr könnt damit machen, was ihr wollt. Also ist vielleicht auch deine Krankenkasse so kulant zu sagen, ich bezahle auch die pH-Teststreifen. Ein Anruf oder eine E-Mail oder ein Brief kostet erstmal sehr wenig Aufwand und im besten Falle werdet ihr an den Kosten beteiligt. Große Frage ist natürlich, viele trauen sich das jetzt nicht zu. Wie funktioniert das? Kann ich da irgendwas falsch machen? Ja, natürlich, man muss ein paar Sachen beachten. Das Erste und das Wichtigste für mich ist natürlich, dass ihr mit sauberen Händen arbeitet. Wenn ihr diese pH-Teststreifen per Handschuh habt, klar, auch da gehören saubere Hände rein, aber dann hat man wenigstens noch so einen Faktor mehr, der so ein bisschen schützt. Dann ist es relativ wichtig, dass ihr, wie ihr es vielleicht von der Menstruationstasse oder dem Tampon kennt, irgendwo ein Bein vielleicht aufstellt. Das ist immer am einfachsten. Nicht unbedingt unter der Dusche machen, weil das Wasser kann natürlich diesen pH verdünnen und dann habt ihr einen zu alkalischen, also einen pH-Wert über 4,7 und das ist natürlich nicht unbedingt gewollt. Ihr versucht also eure Schamlippen mit zwei Fingern auseinanderzuspreizen und diesen Teststreifen entweder in Form eines längeren Stäbchens oder wirklich als Streifenform oder eben als Handschuh drei bis vier Zentimeter maximal in die Vagina einzuführen. Dort belastet ihr das zwei, drei Sekunden, zieht raus und könnt direkt den Test ablesen. Da ist immer eine Farbskala mit auf diesen Packungen, sodass man das gut ablesen kann, wo man vom pH-Wert steht. Und wie gesagt, Grenze ist eigentlich pH 4,5, das gilt noch als normal. Alles, was darüber ist, wird langsam suspekt. Gerade pH-Werte über 6 sind sehr suspekt und müssen auf jeden Fall dann ärztlich kontrolliert werden. Obacht und Vorsicht bei manchen Fehlerquellen. Eben das mit der Dusche oder auch in der Badewanne, habe ich schon erwähnt, das funktioniert natürlich nicht. Ebenso ist es nach dem Sex. Das Ejakulat ist wahnsinnig basisch. Und wenn ihr jetzt quasi noch das Ejakulat in euch habt, selbst wenn ihr danach auf Toilette wart, kann das den pH-Wert noch so verfälschen, dass ihr denkt, ihr habt einen Vaginalinfekt, weil da steht auf einmal pH von 9. Nein, 12 Stunden nach dem Sex, wenn man natürlich zur Ejakulation gekommen ist, sollte man tatsächlich warten mit so einem Teststreifen. Alle Arten von Cremes, Shampoos, Gleitgels können den pH-Wert, selbst wenn sie pH-neutral sind, verfälschen, sodass man wirklich aufpassen sollte, dass man vorher nicht irgendwelche Kosmetika im Vaginalbereich angewandt hat. Lasst euch auf jeden Fall auch von eurer Gynäkologin zeigen, wie das Ganze funktioniert. Sprecht mit ihnen ab, dass ihr das vorhabt. Vielleicht möchte sie oder er das ja auch immer machen bei der Untersuchung. Ihr könnt von mir aus auch sagen, habe ich gestern erst gemacht, war alles in Ordnung, brauchen wir heute vielleicht nicht machen, weil jede Intervention im Vaginalbereich ist natürlich auch ein potenzielles Risiko, dort Keime zu verschleppen. Deswegen gilt auch die Devise, so wenig vaginale Untersuchungen wie nur möglich, aber im Hinblick auf diese Infektionsquellen, die man vielleicht auch noch gar nicht festgestellt hat, ist es natürlich wichtig, trotzdem auch zu untersuchen, sodass dieser Selbsttest zu Hause eigentlich optimal ist. Denn euer Mikrobiom und auch das Mikrobiom, zum Beispiel der Haut, ändert sich nicht. Ein fremdes Mikrobiom kann zum Beispiel zu Infekten führen, das eigene Mikrobiom kennt der Körper und ist deswegen auch kein erhöhtes Risiko für Vaginalinfekte. Mir könnt ihr zum Abschluss noch einen riesengroßen Gefallen tun und dieses Video oder diese Information einfach in alle Schwangeren teilen, die ihr so kennt. Weil es ist noch ein relativ unbekanntes Konzept, was aber eigentlich wirklich in die Welt hinaus gehört, weil es simpel ist, weil man damit wirklich Schlimmeres verhindern kann und weil ihr proaktiv quasi bei der Prävention von Frühgeburten mithelfen könnt. So oder so ein wahnsinnig tolles und sinnvolles Konzept. Ich bin total gespannt, wie die nächsten Studien ausgehen. Wie gesagt, seit 2016, 2017 laufen sie und bis jetzt schon wahnsinnig tolle Erfolge erzielt. Ich hoffe, dass so ein Video und diese Informationen hier noch dazu beitragen können, dass noch mehr daran teilnehmen und noch mehr Frühgeburten verhindern. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag, viel Spaß beim Testen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Habt einen schönen Tag. Tschüss! Tschüss! Tschüss!